Hi Leute, eine kurze Ankündigung für euch und zwar jetzt mit Corona war ja lange nichts los, lange kein Treffen mehr und ich habe es vermisst auf jeden Fall, weiß nicht wie es dir ging euch, aber jetzt findet bald wieder was statt und zwar ganz gemütlich in offener Runde, vielleicht warst du auch schon mal dabei, am Main in Würzburg und zwar findest du unten drunter die ganzen Infos und kannst auch gerne mal in die Facebook-Gruppe schauen und zwar treffen wir uns einfach wieder gemütliches Picknick-Rohkost-Potluck praktisch und ab 13 Uhr Samstag, 25. Juli, einfach vorbeikommen, ganz gemütlich, einfach austauschen, jeder bringt was zu essen mit, kannst auch einfach noch ein paar Früchte mitbringen, möglichst auf jeden Fall pflanzlich vegan, bevorzugt natürlich rohköstlich und wie gesagt, musst dir aber auch keinen großen Act machen, ob du bist da, es geht mehr um den Austausch und ja, freue mich mega drauf, bin gespannt was für ein Wetter natürlich hat und das war es auch schon, Infos alle unten drunter und dann wünsche ich dir heute noch einen schönen, entspannten Tag und bis dann, am 25. Juli, 13 Uhr, bis dann, ciao! Ach und übrigens, unten drunter verlinke ich nochmal, ich habe eine Facebook-Veranstaltung dazu erstellt, also wenn du Fragen hast wegen Weg, Ankunft, Anreise und sonstigen Sachen, dann geh da einfach rein, dann kannst du dort nochmal fragen oder schreib mir einfach hier eine Nachricht, genau, oder auf der Webseite, also da gibt es diverse Wege, wie du in Kontakt treten kannst, kannst auch einfach eine Info, eine E-Mail schreiben an kontakt.ion.world, dann schauen wir da auch, was deine Fragen sind und dann freue ich mich schon drauf, bin sehr gespannt und bis dann, mach's gut, ciao!